Arm-Aktuator. Das spielt keine Rolle. Das Schild ist ein Ausrüstungsgegenstand, das vier Tonnen und Platz frisst. Aber, naja. Ja. Das ist kein Bolt-On? Das ist kein Bolt-On? Das ist ein echtes Objekt. Fuck, wie geil ist das denn? Ja, mein Gott, das ist eine weitere Waffe. Aber dadurch hat man vier Tonnen weniger Waffen betragen, ne? Also, oder? Ja. Ja, aber egal. Du hast tatsächlich einen richtigen Schild-Arm. PGI hat sich Gedanken gemacht. Das ist ein Schild-Arm, ein echter Schild-Arm. Du meinst, wir sind kurz vor dem Tomahawk-Beil, was wirklich funktioniert? Ja. Nein. Das ist, äh... Mit der Server-Struktur werden wir niemals Nahkampfe erleben. Oder ich könnte mit dem Atlas mal so einen kleinen... Oh, was ist denn das denn? Oh, nee, das ist ein Nahkampfer. Scheiße. Achso, du bist das. Okay, dann twist dich mal schön weiter. Ja, twiste du mal, guck mal, wie deine Beine leuchten. Nobu weiß, was er anlagen muss. Ich hab ihn schon halbiert. Der kleine Nobu-Naga. Nubu-Nubu. Nubu-Naga, oder wie? Nubu-Nubanga. Wir haben unten einen Besuch. Nubu-Nubunga. Nubunga. Nubunga, nö. Au, Spanne-Gaus. Brauch ich nicht. Warum hast du dir leid für nur? Wenn du Mais-Gaus. Warum... Warum springe ich eigentlich von Regen die ganze Zeit in die Traufe? Ach, ich hab grad zwei Heavy-Gaus ins Schild gekriegt. Oh, nee, das ist Baradool. Kann ich am Ende töten? Ah, danke, nice, danke. Ja, danke für das Bein. Mit dem Mech irgendwie immer nur in die Scheiße. Mein Baradool. Aber dein Mech, der sieht einfach gänselig unbeeindruckt aus, Mecha. Das war meine Dual Heavy-Gaus, die dein Schild geküsst hat. Oh, glaub mir, der war auch sehr unbeeindruckt. Allein separiert, einer ist Sturmkraut. So, so. Was? Unten? Allein oder was? Hey. Hauer, haauer. Die Leid-Skeener hat mich schon fest. Hey, hey. Ich lauf ihn grad planlos weg, lass mich in Ruhe. Ich hab' ja auch versucht, das hat irgendwie nicht so geklappt. Hush, hush! Hörst du wohl auf, die kleinen Leids zu ärgern? Hörst du wohl auf, die kleinen Leids zu ärgern? Oh, gell, ich hab' ja auch Angst. Hörst du wohl auf, die kleinen Leids zu ärgern? Wo ist denn der Paul? Da ist der Paul. Oh, 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 oh. Ich hab' ja einen da. Hörst du wohl auf der Mauer? Was hat er sich dabei gedacht? Ha! Last Action Hero beim Tod. So, jetzt ist mein Schildarm endlich mal weg. Oh. Mit dem. Oh. Nach dir, hinter uns. Ach, scheiße. Oh, der schild. Ah, der schild, ja. Ach, der schild. Ach, der schild. hinter uns die kommen hinter uns so was ein feuerwerk satan ich habe die nicht kommen sehen mich an welcher rücken keine agression das ist ja mich nervt du musst auch der der sich immer ins fein feuer ins freund feuer stellt und dann sagt er hat mich schon wieder in den rücken geschossen freund feuer ins wolkenfeuer freud und feuer vorhand er stand auch nur auf krumme und fremder aber feiner name aber Oh mein Gott, war ich schlecht. 25 Team Damage, wo kommen die denn her? Ja. Eine Heavy Gauss. Aber wer hat die Kugel gefangen? Mein Schilder.